ok wir müssen auf geschwindigkeit immer so eine halbe sekunde später jetzt sind wir ja fast alle vollzählig was sagt ihr zu takov ist okay oder weil ihr seid immer bei takov noch ein bisschen stiller vielleicht gefällt es ja euch nicht ich habe ja gesagt ich möchte mich durchbeißen egal ob ich mitspieler da habe oder nicht feuerball jetzt brennen die sogar immer dieses neue auslösen ätzend gehen wir auf spät ja weh weh hell äh du hast das ende nur verpasst von ähm terranien von der demo aber war jetzt nichts variant ne also hast du natürlich geschafft feine Hallo. Boah. Deswegen boss ich gerade, Doc. Oh yeah, okay, Doc. Das sind wieder so viele Sachen, die auf einmal kommen, ne? Jetzt sind es sowas, ey. Aber steh durch, stehst durch. Ich kenn das. Geht ja auch nicht anders, ne? Man muss ja irgendwie durch. Wow, ich werd grad durchswitchen. Okay. 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 Nochmal auf Speed. Au, das hat nicht geklappt. Ah, ich bin nicht ganz durchgekommen wahrscheinlich. Okay. 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 Oh nein, den Gegner reingert. Oh, 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 oh. Wie ist so ein Ding mit mir hier? Oh, nice. So, uff. Ja, sehr gut, Hell, sehr gut. Ja, auf jeden Dock. Ja, das ist wirklich so, Dock. Das ist wirklich so. Das ist immer ätzend. Kenne ich auch so gut. Ein ordentlicher Speed hat er jetzt. Ja, Timo. Gucken wir mal. Ob wir den Boss diesmal kriegen. Ich bin jetzt mit der Geschwindigkeit nicht klargekommen. Aber dieses Mal langsam mal schnell. Das geht mir gerade ziemlich auf den Sack. Ah, some birds come. Ich bin jetzt alle, ja. Oh, das ist Schwerter. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut, wenn es Dock gefällt. Ich frage ja nur, ist jetzt nicht so ein Spiel für jedermann, ne? Ich frage ja nur, ist es so. Ich frage ja nur, ist es so. Ich frage ja nur, 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 ich frage ja auch nur, ich frage ja auch nur, ich frage ich ja auch nicht. Hm, nochmal Verbesserung des Schwerts. Ist das scheiß Ding. Da. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Okay, selber doch drin steht. Probieren wir mal aus, mal gucken, was kommt. Jetzt im Wagen. Mal gucken, wo die ganzen Punkte abgeblieben sind. Hey, was haben sie denn her? Ich glaube, noch ein Level schaffen wir nicht mehr. Oh, vielleicht doch. Ich bin im Leben. Ich bin im Leben. Oh, ich habe einen Zustand. Das ist nicht gut. Okay. Nice. Oh, andere Musik. Andere Gegner. Oh, das erinnert mich so. Alter, wie viel kommen wir hier? Wir müssen doch gerade erst am Anfang. Das erinnert mich so ein bisschen an, die alte Disco-Zeit hier. Ja, jetzt schießen die auch noch. Ich verstehe die Problematik. Ui. Verstehst du doch? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Au. Verstehst du doch? Ja, komm, zwei Leben. Drei Leben weg. Wow. Das war knapp. Mach dein Arschu, mach dir aus meiner Leitung raus. Verstehst du, Verneu. 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 Komm, geh kaputt und gib mir ein Leben. Das gibt mir kein Leben. Wow. Wow. Verneu. 1 2 3 4 4 5 5 6 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 20 16 16 17 18 18 18 19 20 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 22 21 22 22 23 24 25 25 26 25 er ist nicht dein ernst kommt denn alles ich bin rausgetabt ich bin rausgetabt